So ihr drei, jetzt ist es aber Zeit fürs Bett. Aber nicht, wenn die da oben so laut sind! Übernachtungsparty hin oder her. Ich sorge da oben jetzt für Ruhe. Was ist denn das für eine Lautstärke, Kinder? Jetzt ist aber mal Ruhe. Aber Papa, was ist denn eine Übernachtungsparty ohne Musik? Leise Musik ist in Ordnung. Denk an deine Geschwister. Papa, die sind immer noch so laut da oben. Lass mal Papa mal machen. Ich sorge da oben jetzt für Ruhe. Ich sagte doch Ruhe! Ihr habt das nicht anders gewollt. Papa!